Chiquita Smoothies Mh, lecker. Wo ist der Haken? Zugefügter Zucker. Nicht bei Chiquita Smoothies. Garantiert 100% Früchte. Sonnengereif. Wo ist der Haken? Verdickungsmittel und Konzentrate. Nicht bei Chiquita. Reine Frucht. Natürlich cremig und ohne Stückchen. Wo ist der Haken? Teuer. Für einen Saft, ja. Aber nicht für Chiquita Smoothies. Den kann ich natürlich jeden Tag genießen. Chiquita Smoothies. 100% Frucht. Null Kompromisse.